Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Legion. Ihr habt nichts verpasst, keine Sorge. Ich fliege jetzt nur nochmal gerade hin zu den zwei, drei Dingern und dann sind wir auf der anderen Seite. Wie geil ist das denn, oder? 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 Ja, ich habe gedacht, eine Folge mache ich noch. Sehen wir mal, da haben wir elf Uhr, circa, naja gut. Ich muss noch ein bisschen aufräumen hier. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hier noch ein ETO, da noch ein ETO-Otto und dann haben wir die ersten Sachen weg. Und dann müssen wir langsam mal ein bisschen nochmal ein paar Szenen machen. Ein paar Dinger befreien und dann kann man der Story weiter folgen. Ich hatte nur halt ein bisschen Schiss, dass ich die Folgen, ähm, dass ich die Story nachher zu sehr in Anspruch nehme und dann kann ich die Dinger nicht mehr... Das will ich einfach machen, wenn ich, ähm, okay, wenn ich, ähm, Schiss gemacht habe. Und schon sind wir da. Dann hatten wir hier, ach, guck mal, hier ist auch noch, ach du Schei, hier ist auch noch, guck mal. Ey, wo müssen wir, ah, hier, die beiden da, aber, ah, aber hier, wir werden die beiden jetzt, hier, mach mal, werden wir hier in den Agenten wechseln. Ja, ne, weil ich jetzt die ganze Zeit da rumfliegen habe ich auch keinen Bock. Das wird auch zu lang dauern. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt auch so lange dauert, die ganzen Dinger zu kriegen. Zäh, mutig, dämlich. Zwei davon reichen aus, dich uns anzuschließen. Manche hier sind alles davon. Ja, ich habe richtig Bock, was Gutes zu tun. Fantastisch. Die Stimmen, die deutschen Stimmen sind ein bisschen komisch, ne? Okay, lass uns mal, äh, dieses Ding hier mal machen. Oh Gott, guck mal, können wir hier hoch, ne? Oh, komm mal hier, aber da hochkommen wir nicht hin, ne? Ey, das will sie nicht. Ich weiß jetzt, dass ich mein Joystick immer wegsch... Wo tue ich den immer hin? Hallo? Joystick sag ich jetzt. Ah, okay. Also. Das ging ja schnell. Gott sei Dank. Gott sei Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Komischerweise, ich hab das nicht startet gekriegt, ne? Also warum explodiert das denn? Hey, komm, ey, oooohhhhhh Ok, wo man jetzt hier wieder den Scheiß macht, fliegen wir mal weiter Ok, ein Auge juck wieder, sorry, sorry, sorry Aha, 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 ok, 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 hacken, 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 dann hier das, dann das noch So, da, wo ich das falsch gemacht hab, genau Aber auch weg So, und dann hatten wir gesagt, hier, ne? So, dann machen wir hier noch die Sachen Ja, Schluckauf Wie kann man so Schluckauf da reinsetzen? Ich hatte ja im Anfang echt Angst vor dem Spielen, dann dachte ich Oh, ich krieg das hin, krieg ich das hin, aber Ich müsste eigentlich Watch Dogs 1 auch durchzocken, weißt du das? Dann hätte ich mich alle Watch Dogs, ja, ich muss Watch Dogs 1 durchzocken, genau Statt jetzt da, äh, Cyberpunk einzupacken, machen wir Watch Dogs 1 Aber ich würd' ich gerne das ein, der ist hier eigentlich zu Ende führen, glaub ich, oder? Bei Watch Dogs 1 hab ich bis jetzt nur, ja, nicht ganz durchgezwackt, aber auch nicht Hier ist auch eine ETO Aber alle Ohne? Okay, hier war auch noch einer Krass Mal sehen, ey Ach, das wird wahrscheinlich ein paar werden, werd ich wahrscheinlich nicht, äh, finden Denk ich mal Ja Okay, dann wollen wir mal gucken Ah, okay Okay Okay, dann mal sehen wir Ohne Ah, okay, okay. Alles absuchen! Was ist das? Ohne, Suchprotokoll initiieren! Durchsuche das Gebiet! Siehe Personen, Leute! Ich bin bereit gesichert! Ich suche weiter! Ich bin bereit gesichert! Ich bin bereit gesichert! Ich bin bereit gesichert! haben wir keinen mehr oder was ist keiner mehr hier oder was es 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 Oh ja, gut. Es ist alles nix, sie müssen runter. Das kann man nicht machen, oder? Okay. 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 Wir waren ja schon. Na, oder? Ja, hier warten wir schon. Warte, 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 wir müssen hier entlappen. Aha. Entsorgungskontrolle. Bitte an den Umgang der Leiche. Okay. War da noch irgendwas? Ja, hier. Ich meine, oder? okay 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 die heizlinien okay und da war ja mal aufgeräumt da war wunderbar und da war wunderbar aber nicht mehr so wie wir lieben freunde über die lieben freude ich meine ich hätte alles wir haben nur noch jetzt will ich nur mal gucken dass wir hier so ein bisschen ja gut dann lassen wir etwa hier vielleicht jeder entlang gehen aber das macht man auch noch im auto jetzt weil das alles so schön ist machen wir hier den ganzen scheiß das bedeutet wir werden hier den drohenexperten nehmen okay er will nicht geil okay dann wir hier mal wieder runter gehen okay Munition ist immer gut, was haben wir hier? Den hab ich ihm schon geholt, siste? Warum hab ich denn die gar nicht gehabt? Wo hat die eigentlich so einen Schluck auf? Okay. Ach, die sind schon kaputt. Okay. Findet die Zielperson. Ach, warte, wir könnten mal was anderes machen. Boah. Boah. Krass. Krass. Okay. Lass uns mal ein Boot einbesteigen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Warte ab. Ab dahin. Jaaaa. Okay. 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 Sorry. Alles oben. Ja, dann. Machen wir hier den. Okay. Okay. Guck mal, die Munition haben wir auch noch. Geil. Oh, guck mal. Hey. Was zur Hölle ist los mit dir? Oh, fuck mir reicht's jetzt. Ich habe das Gefühl habe, dass er ständig 2000 Grad heiß ist. Dafür bin ich nicht zu Albion gekommen. Ich muss da raus, aufs Meer. Was? Genau. Das mache ich. Ich spring rein. Endlich werde ich diesen Scheißanzug los. Cool. Okay. 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 Wir haben aber hier noch mehr Scheiße. Noch mehr Scheiße. Aber cool. Wir haben jetzt hier wieder. So. Ich spring mal hier hoch. Und hier hoch. Noch höher. Und noch höher. Mal grad gucken. Hier vielleicht. Der Rest ist da oben, ne? Jaja. Ist alles oben. Ist alles oben. Kommen wir hier rein? Nee. Ist alles oben. Alles oben. Ah, so warte mal. Vielleicht kommen wir hier hoch. Kommen wir hier hoch? Jawoll. Nach oben. Cool. Heute hoch. Ah, okay. Was war das? Wir brauchen keine Bewegung! Oh! Wir brauchen keine Bewegung! Wir brauchen keine Bewegung! Okay! Geh' in Deckung! Komm raus! Komm raus! Wo immer du steckst! Komm raus! Komm raus! Wo immer du bist! Oh, der hält dir heute ab! Der hält auch ab! Der hält auch ab! Der hält auch ab! Geh' mal nach oben! oh scheiße den habe ich leider wollte eigentlich gar nicht das war es dann für dich ich kann ein bisschen erholen einen neuen will ich nicht nehmen eine weitere woche ohne arbeitslosengeld das schwein Sie kann nicht weit sein. Na los, jetzt gib schon auf! The Tower Bridge! Tower Bridge 3 tolls us through. Okay. Okay, okay, okay. Sucht alles ab! Hinter jeder Tür und in jedem Winkel! Los! Da ist die Tower Bridge 4, die 2, 1 haben wir noch nicht. Okay! Der Rest ist oben. Wir sollten ausschwärmen und das Gebiet durchsuchen! Okay. Der Rest ist oben. Dann wollen wir mal gucken, was hier oben noch ist. Lasst euch nicht überrundeln! Verdammt! Niemand mehr hier! Mist! Unbefugte Abschaltung! Ich glaube, das war's, ne? Ja! Oder V? Ähm... Walkman! Ganz Tau... Ganz London! Zu sehen! ... ... ... ... ... Okay. Also sonst haben wir hier nix, ne? Das war... Schickt mir Verstärkung. Hä? Ich hab's eben noch... Ah, okay. Das Schwein kann überall sein. Also ich seh hier nix. Komm schon, bringt es hinter uns. Au! Ah! 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 Ich such mehr Decker! Ich brauche Verstärkung an meiner Position. Ah! 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 Ich bin geklappen! Ah! Ich muss nachladen! Ah! 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 Dahin na, du wirst... Ah! 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 Guck mal, ich hab mal Kuhn. Ich versuche sie rauszulocken. Du hättest dich nie mit mir anlegen sollen. Auf die... Ja, wir sind noch ein bisschen durchgekommen. Mal gucken, wir schauen mal danach welche. Wir brauchen Munition! Ich komm nicht weg! Fuck it, ey. Der ist wichtig, weil der... Leute... Ist da sonst noch jemand? Meister, sind sie alle? Ja, das war schon mal wieder was cooles irgendwo. Warte, lass mal gucken. Okay, 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 okay. Die technische Punkte... Und wer war? Okay, okay, hier noch. Jawoll, das ist die Bridge 5. Die 1 fehlt mir. Ehrlich? Okay. Lass mal grad gucken. Ah, jetzt müssen wir hier noch entlang. Hier mal grad gucken. Ja, cool, ja. Da ist alles unten, ne? Da ist alles unten, ne? Ja, geht laufen, geht laufen. Ja, überall Pizzaschachteln. Wie geil. Äh, der ist oben. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Der ist oben. Bitte. Da ist oben, ob wir die Gefahr in den. Wohteln? Also, mehr wie viel, warf transmett. Wohteln? Von der Herbst? Wohteln? 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 Was ist das? Was ist die, hä, wo ist die in der Ecke? Das ist wahrscheinlich wieder irgendwie. Entschuldigung. Geh mal hier entlang, hier entlang, hier entlang. Geh mal hier hoch, geh mal hoch. Geh mal runter, dann gucken wir weiter, von außen müssen das sein. Ja, gehst du mal, läufst du mal weiter? Geh mal runter und holen wir erstmal die anderen Sachen gerade und dann gucken wir weiter. Laufst du mal runter, 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 runter. Dann gehen wir weiter runter, 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 da sind wir jetzt da wo wir hin müssen. Weiter oben. Warte, 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 ich muss mal hoch, ich muss nochmal hoch. Ja, ja, schluck auf, Frau. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Warte, 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 warte. Mein Problem ist, ich habe keine Drohne, äh, kein Dings, weil ich immer noch hier drin hänge und ich kann es nämlich nicht, ähm, Team bearbeiten. Nicht modifizierbar. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. ist leider raus raus gucken ob das jetzt klappt team bearbeiten bearbeiten ausrüsten jetzt zurück ich mache es mir gemütlich ok 3 weiter 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 die brücke ist kaputt so dass das da das da das da das auf Ich habe mich auf den Weg gebracht. Warte, 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 warte. Hier ging es eigentlich auch nach oben, aber... Okay, da oben waren wir. Wir haben außer den hier alle, ne? Sehr gut, äh, 45. Technik, Wop. Und, ab geht's kaufen, jetzt haben wir alles. Hahaha, jetzt haben wir alles, Jungs. Weiß ich doch jetzt. Vielleicht kann er hier? Also, warte mal. Also, jetzt haben wir noch hier diese Scheiß hier. Puh, hier haben wir alles. Hier ist noch ein ETO, hier ist noch eine Maske, und hier ist das Ding. Das machen wir später. Hier haben wir noch eine Textdatei. Hier haben wir noch was in dem Gebiet, was wir noch nicht so ganz... Agentenwechsel, komm. Ich hab ne Idee. Okay. Das machen wir jetzt noch zum Schluss. Hi, wie geht's? Sehr schön. Und los. Ich mach mich auf den Weg. Okay. Oh, hier ist auch alles voll. Wir machen uns einfach auf euren Weg, na klar. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das ist außer Kunstvolle geraten. So, dann wollen wir mal gerade das Gebiet hier ein bisschen erkunden, ne? Oh nein, das ist ein Auto. Brauch ich doch. Der ist kaputt, ne? Oder? So, jetzt wollen wir mal da hinfahren. Fahren wir mal da hin. Okay. Aha, okay. Mal grad gucken. Dann machen wir mal... Hier können wir nur Wegpunkt setzen. Fahr mal erstmal hier hin. Geradeaus. Dann haben wir hier noch ein bisschen... Okay, 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 okay. Jetzt kommen hier ein paar Punkte. Ach, gut, rechtlich. So, dann gucken wir noch weiter. Dann haben wir hier das. Hier können wir nichts machen. Jetzt hier können wir gar nichts machen. Dann setzen wir hier noch einen Wegpunkt hin. Das bedeutet, die müssen grad mal... Naja, wie die fliegen, ist auch ein bisschen blöd, ne? ... ... ... Jetzt kommen hier nämlich auch noch Sachen. ... ... ... ... ... Nichts Nutz! Was? Nein, nein. Du bist nie, leider. Oh, denne nicht weggelaufen ist. 3 Lass mal ein bisschen düsen sein, näher mal ein bisschen rumfahren Mal hier nur entlang, mal hier nur entlang Okay, okay, okay. Wir sind lang hier, hier sind lang hier, ich dachte, ach! Ah, komm, geht's weg! Oh, tut er! Let's go! Let's go! Das war's für heute. war wir sind jetzt hier ja genau ja 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 hier ist irgendwas hier oder falschen bleiben Warte mal gerade, da müssen wir gerade gucken, hier noch ein bisschen entlang. Okay, aber auch alles eigentlich ganz übaltig. Wir müssen hier mal gucken, wo haben wir denn noch so, wir müssen erstmal hier so ein bisschen hin dünen. Wir müssen hier so ein bisschen hin. Waaaaaah! Hehe. heh Ehrlich? Ah! Hahaha! Aber macht doch mal Spaß, mal ein bisschen durch die Gebzeiten hier. Wenn man ein Tor hat. Wah! Okay. Gehen wir auch mit dem Order mal hin. Da ist einer! DTO! Guten Tag! Wow! Der hat ein bisschen mehr Kabo. Oh man, das kann sogar Willi machen. Cool. Okay, jetzt sind wir hier. Dann lass uns das Gebiet auch mal ein bisschen behalten. Fuck it, ey. Ehrlich? Du hast am Arsch? Da ist ein ganzes Barschatz. Alles klar. Und jetzt müssen wir hier über diese Barschatz. Ja, das ist auch toll. ja fachet hat er wieder war Das ist der E.T.O. Wie kommen wir denn dahin? Wahrscheinlich so. Die E.T.O. Die E.T.O. Drei drübe. Quatsch. Ja, siehste, 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 da haben wir doch wieder was. Da haben wir doch wieder was geschafft. Das ist der Marsch. Was ist das Schönste hier passiert? Die E.T.O. 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 An alle Einheiten, in ihrer Nähe wurde einer oder mehrere Tatsächslinge geleitet. Achtung, haben die Verfolgung aufgenommen. Verstanden, verraten wir die Zielpersonen. Moment, 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 Moment. Lass uns mal hier mal hindüten. Ja, ein bisschen Musik, ey, ist ja cool. Berecht hier die Suche ab. Zentrale, geben Sie eine Fahrt noch raus. Jaaah! Wee! Wuh! Mit Pop-Albion, ich mache hier was schön. Hey, ich habe wieder einen. Ich habe wieder einen ATO. Ich habe wieder einen ATO. Ich habe einen ATO. Und das ist ein ATO. Ich habe einen ATO. Ich habe einen ATO. Ich habe einen ATO. Ich habe einen ATO. Lass uns mal kurz gucken. Was haben wir noch? Ah, gut. Da sind noch ein paar Fleckchen zu erkennen. Aus dem Weg! Verstehen? Aus dem Weg! Achtung... Bei uns! Das ist ein Atomen. Drei da. Das war's für heute. Weiter geht, weiter geht! Steve, wir brauchen jetzt doch diesen Bedicht. Ja, können Sie mir die Information jetzt schicken? Sie sind außer Haus, aber das Mütter ist schon von 10 Uhr. Wenn Sie den Deal wollen, brauchen wir heute eine Antwort. Überall, jederzeit. Sie brauchen uns, wir sind da. WLAN jederzeit. Cool. Jungen auch, da ist auch noch was voll. Aber da geht es jetzt eigentlich zu, ne? Wollen wir mal machen? Okay, das ist's. Aber ich hätte gerade schauen, was es immer wieder da? O, nicht! Wollen wir mal machen? O, nicht! Wollen wir mal machen? Wollen wir mal machen? Wollen wir mal machen? Wollen wir mal machen? Ich bin mir sehr südlich. Ich bin mir sehr südlich. Ich bin mir sehr südlich. Ehrlich? Jetzt ohne Scheiß. Jede Menge ETOs noch. Echt kack ins Hemd. Okay, ich würde sagen, wir haben hier, guck mal, guck mal hier. Das ist unsere Mission und wir haben jede Menge hier ETOs und das noch. Wofür ich das hier brauche, weiß ich noch nicht, aber egal. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Das war's für Cyberpunk-Coach-Kostan. Okay, ich weiß, das war's. Das wird noch interessant werden. Na gut, stark für die Zukunft. Auf Wiedersehen. Bye all the time, baby. Rock'n'roll, ne? Ihr wisst Bescheid. Bye-bye.